Was ist eine Irrtum? Man eröffnet den Rechtsextremisten Handlungsfelder, Handlungsmöglichkeiten, wenn man sagt, das interessiert mich nicht, ich gucke da nicht hin. Denn jeder, der aufmerksam durch diese Gesellschaft geht, sieht, dass diskriminiert wird, dass dass Ungleichwertigkeiten konstruiert werden, dass Menschen schlecht behandelt werden. Das muss man sehen. Oder man läuft blind durch die Gegend. Und wenn man so tut, als gäbe es das nicht, dann erlaubt man durch diese Handlung, den Rechtsextremen so zu handeln, wie sie handeln. Man gibt ihnen die Möglichkeiten zu diskriminieren, Gewalt auszuüben, Menschen zu schaden. Und dann ist man beteiligt. Deshalb gibt es keine Möglichkeit zu sagen, mich interessiert es nicht, es hat jeden zu interessieren.